Das sind Sonja und Markus. Beide arbeiten in sozialen Berufen und beide möchten sich weiterbilden. Hey, ich habe aber so wenig Zeit dafür und ich kann ja auch nicht lange aus dem Berufsalltag raus. Ich kenne da was, den Caritas Online Campus. Guck mal. Die haben was für Pflegeheime und Dienste, Krankenhäuser, Kitas, Hospize und viele mehr. Fachliches und Überfachliches Es gibt die Bereiche Bildung und Soziales, Gesundheit und Pflege, christliche Profession und christliches Management. Und das Beste daran ist, du kannst es überall nutzen. Mit deinem Laptop, Tablet oder Handy. Und das überall. Du könntest dich also einfach in einen Park setzen und loslernen. Ganz nach dem Motto, lern doch, wo du willst. So einfach ist das? Einfach so mit meinem Smartphone? Ja, hier, komm, ich zeige es dir auf meinem Handy. Und was für Kurse gibt es da? Wollen wir mal ein wenig auf meinem Tablet stöbern? Ja, gerne. Schau mal, das ist die Oberfläche des Caritas Online Campus. Sie ist sowas wie eine riesige Bibliothek voller individueller Weiterbildung. Du kannst hier einfach aussuchen, was du magst. Klick mal hier Caritas Online Campus an. Hier siehst du Kurse wie zum Beispiel Burnout-Prävention in sozialen Berufen, professionelle Moderation von Gruppen und Teams, Achtsamkeit und Selbstversorge, Kommunikations- und Beziehungsgestaltung und viele weitere. Wenn wir jetzt zurückgehen und Kita Online Campus anklicken, finden wir weitere Kurse. Wie zum Beispiel Flüchtlingskinder in der Kita begleiten, Entlastung erfahren durch Selbst, Stress und Zeitmanagement und Kurse bezüglich der Themen Gender, Inklusion, Prävention vor Gewalt und Öffentlichkeitsarbeit. Boah, das ist ja super Auswahl. Cool. Hier kannst du mal richtig reinstöbern. Ach, weißt du, Achtsamkeit würde mich interessieren. Hier siehst du jetzt alle Infos zu diesem Kurs. Wie umfangreich er ist, wie lange er dauert und was er kostet. Und du kannst dich direkt anmelden und starten. Und das ganz entspannt. Und so einfach ist das? Hm, aber weißt du, was mir fehlen würde? Der Austausch mit meinen Kollegen. Das ist gar kein Problem. Du darfst alle Kurse im Rahmen einer Lernpartnerschaft mit einem Kollegen zusammen machen. Und am Ende gibt es sogar noch ein Zertifikat für den erfolgreich abgeschlossenen Kurs. Boah, das ist ja cool. Genau, auf zum Caritas Online Campus.